So wie eine Mutter mit ihrem Leben vor jedem Schaden schützt, ihr eigenes, ihr einziges Kind, so entwickle allumfassende Liebe zu allem, was da lebt. Eine Liebe, die das ganze Universum in seiner Unendlichkeit umfasst. Eine selbstlose Liebe, im Innersten frei von schwelendem Hass. Eine Liebe, die sich keine Feinde macht. Ich laufe gerne auf Landstraßen, die links und rechts gesäumt sind von Reispflanzen und wildem Gras. Beim Gehen setze ich jeden Fuß voller Achtsamkeit auf die Erde, im Wissen, dass ich auf einer wunderbaren Erde gehe. In solchen Augenblicken ist unser Dasein eine wunderbare und geheimnisvolle Wirklichkeit. Menschen neigen eher dazu, es als Wunder zu betrachten, wenn jemand auf dem Wasser wandeln oder durch die Luft fliegen kann. Das wirkliche Wunder besteht für mich aber nicht darin, auf Wasser zu wandeln oder durch die Luft zu fliegen, sondern auf der Erde zu gehen. Alle Wesen zittern vor der Gefahr. Alle Wesen fürchten den Tod. Wer das Recht bedenkt, wird nicht töten oder andere dazu veranlassen, zu töten. Alle Wesen fürchten die Gefahr. Allen Wesen ist ihr Leben lieb. Wer das Recht bedenkt, wird nicht töten oder andere dazu veranlassen, zu töten. Wer um seines eigenen Glückes willen anderen Wesen, die auch nichts anderes suchen als Glück, kein Leid zufügt, wird Glück erlangen. Wenn wir in unseren Geist blicken und ihn beobachten, erkennen wir allmählich, dass alles unbeständig ist, aufsteigt und wieder verschwindet, kommt und geht. Nichts ist wirklich konstant. Aber was versuchen wir ständig zu tun? Die Dinge festzuhalten. Wir versuchen die Dinge an ihrem Platz festzuhalten, um uns sicher zu fühlen. Die Natur der Dinge ist es, im Fluss zu sein. Doch ist die Strömung so schnell, sie ändert sich so abrupt, dass wir das Gefühl von fehlender Stabilität haben. Nichts, woran wir uns festhalten können. Der Strom fließt einfach zu schnell. Haben wir vergessen, dass Leben Unsicherheit, das Leben Risiko heißt? Im Moment unserer Geburt erblickte auch unser Tod das Licht dieser Welt. Darum heißt es, dass Leben und Tod nicht zwei verschiedene Dinge sind. Wir können nicht eins vom anderen trennen. Wie könnten wir nur Leben haben ohne Tod? Zusammen mit unserem Leben erhalten wir einen Garantieschein auf unseren Tod. Mit der Geburt eines Kindes wird sein Tod zur unvermeidlichen Tatsache. Wer seine Lampe mit Wasser füllt, wird die Dunkelheit nicht vertreiben. Und wer mit faulem Holz Feuer machen will, wird keine Glut entfachen. Und wie könnte sich jemand von der Illusion des Selbst befreien, wenn er ein verkehrtes Leben führt? Wenn er das Feuer der Begierden nicht löschen kann, wenn er nach weltlichen oder transzendenten Freuden heftiges Verlangen hegt. Derjenige jedoch, in dem die Illusion des Selbst erloschen ist, ist frei vom Verlangen nach Lust. Es verlangt ihn weder nach weltlichen noch nach transzendenten Freuden. Und die Erfüllung seiner natürlichen Bedürfnisse wird ihm nicht zur Ursache geistiger Täuschung. Maßvoll wird er sein, nur den Bedürfnissen seines Körpers entsprechend essen und trinken. Das Schwelgen in Sinnesgenüssen entkräftet Geist und Körper. Der Maßlose ist das Opfer seiner Begierden. Die endlose Jagd nach Vergnügungen erniedrigt ihn und macht ihn abstoßend. Es liegt jedoch nichts Schlechtes darin, lebenswichtige Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist unsere Pflicht, die Gesundheit unseres Körpers zu erhalten. Andernfalls sind wir nicht in der Lage, das Licht der Weisheit immer heller scheinen zu lassen und eine starke und klare Geistesverfassung zu bewahren. Das Wasser umgibt den Lotus von allen Seiten. Doch benetzt es seine Blätter nicht. Die Buddha-Natur Leben ist ohne Grenzen. Vor uns öffnet sich ein endloser Horizont positiver Entwicklungsmöglichkeiten. Doch ebenso ein bodenloser Abgrund menschlicher Schlechtigkeit. Es gibt ein letztendliches Ziel, auf das wir uns als Menschen hin entwickeln können. Einen Zustand der Erleuchtung, der vollständigen Entwicklung von Weisheit, Liebe, Freude und Kraft. Einen Zustand, der alles übertrifft, was wir uns in unseren Träumen vorstellen können. Unfassbar für unser gewöhnliches Denken. Im Denken von Anhängern materialistischer und nihilistischer Weltanschauungen gibt es für eine solche Vision keinen Platz. Somit schließen sie eine solche Form des Seins von vornherein aus. Mystiker, die an die Existenz eines persönlichen Gottes glauben, setzen diesen Seinszustand, der nur einigen wenigen begnadeten Menschen möglich ist, mit Gott selbst gleich. Für Buddhisten ist dieser Seinszustand der eines erleuchteten Wesens, eines vollkommenen Buddhas, der für jeden erreichbar ist. Denn jedes fühlende Wesen kann und wird einmal ein erleuchteter Buddha werden. Besser als hundert Jahre in Unwissenheit und Unachtsamkeit verlebt zu haben, ist ein einziger Tag, der in Weisheit und Achtsamkeit gelebt wird. Alle Wesen können in jedem Augenblick zur Erleuchtung erwachen. Das einzige Hindernis, das dieser Erfahrung im Wege steht, ist unser Unvermögen, die Reinheit und Unbegrenztheit der Buddha-Natur zu erkennen. Vielleicht spüren wir etwas von dieser unbegrenzten Qualität, aber wir erfahren sie nicht in ihrem vollständigen Ausmaß und darum fixieren wir uns auf dieses relative Ich, das sogenannte Selbst. Was wir heute sind, ist die Frucht dessen, was wir in der Vergangenheit gedacht haben. Und unsere jetzigen Gedanken schaffen unser zukünftiges Leben. Unser Leben ist das Ergebnis unseres Denkens. Wenn ein Mensch aus unreinen Motiven spricht oder handelt, so wird aus seinem Tun unweigerlich Leiden folgen, so wie der Karren dem Zugtier folgen muss. Der Buddhismus zielt auf die Schaffung einer Gesellschaft ab, die den zerstörerischen Kampf um Macht abgelegt hat, in der innere Ruhe und Frieden die Oberhand über Sieg und Niederlage gewonnen haben, die der Verfolgung Unschuldiger abgeschworen hat, in der einer, der sich selbst bezwungen hat, mehr gilt als ein General oder Politiker, der mit militärischer bzw. wirtschaftlicher Gewalt Millionen in die Knie gezwungen hat, in der Hass mit Freundlichkeit und dem Bösen mit Gutem begegnet wird, in der Feindseligkeit, Neid, Übelwollen und Gier keinen schädlichen Einfluss mehr haben auf den menschlichen Geist, in der Mitgefühl der Motor jeder Handlung ist, in der selbst dem geringsten aller Lebewesen mit Gerechtigkeit, Rücksicht und Liebe begegnet wird, in der sich das Leben in Frieden und Harmonie frei von materiellen Sorgen auf sein höchstes und edelstes Ziel hin entwickeln kann, die Erkenntnis der höchsten Wahrheit, das Nirwana. Der Atem ist fühlbarer Ausdruck unseres inneren Lebens, Brücke zwischen Körper und Geist. Wenn wir lernen, auf unseren Atem zu achten, beginnen wir zu meditieren. Der Atem sagt uns, dass wir leben, gibt uns inneren Frieden und bringt uns ins Hier und Jetzt zurück. Wenn wir unseren Atem betrachten, werden wir uns des Körpers und seiner Wechselbeziehung mit der Welt bewusst. Wenn wir jeden Tag etwas Zeit dem bewussten Atmen schenken, wird sich unsere Gesundheit verbessern und es wird mehr Ruhe in unser Leben einkehren. Leben lässt sich mit dem Dahinströmen eines Flusses vergleichen. Der Fluss scheint immer der gleiche zu sein, doch bleibt in Wirklichkeit kein Tropfen Wasser unverändert, während der Fluss dahin fließt. Genauso scheint das, was wir als Persönlichkeit bezeichnen, seine Identität stets beizubehalten, ist aber tatsächlich nichts anderes als ein ständiger Fluss von geistigen und materiellen Phänomenen. Diese Phänomene entstehen und vergehen ebenfalls wieder. Das Leben umfasst in jedem Moment sowohl Körper als auch Geist, sowohl das Selbst als auch die Gesamtheit aller fühlenden Wesen in den verschiedenen Daseinsbereichen, als auch alle unbelebten Wesen, Pflanzen, Himmel und Erde, hinunter bis zum allerkleinsten Staubpartikel. Das Leben durchdringt in jedem Augenblick das ganze Universum und enthüllt sich in allen Phänomenen. Westlich geprägte Kulturen haben jahrhundertelang wie selbstverständlich angenommen, dass die größte Herausforderung der Menschheit darin besteht, die Natur zu erobern und sich untertan zu machen. Die traditionelle östliche Einstellung könnte gegensätzlicher nicht sein. Sie sieht den Menschen als Teil der Natur, nicht als ihren Gegenspieler. Was wir heute brauchen, sind eine Philosophie und eine Religion, die diese ganzheitliche Sicht fördern, eine Sicht, die nicht nur das Individuum einschließt, sondern den ganzen Kosmos. In einem Sutra erzählt der Buddha folgendes Gleichnis. Ein Mann ging eines Tages über ein Feld und stieß auf einen Tiger. Der Mann ergreift die Flucht, doch der Tiger setzt ihm nach. So kommt er an eine Schlucht, ergreift die Wurzel eines wilden Weins und lässt sich geschickt über den Rand des Abgrunds gleiten. Von oben beschnüffelt ihn der Tiger. Zitternd blickt der Mann nach unten tief in den Abgrund, wo schon ein anderer Tiger darauf wartet, ihn zu fressen. Nur die Weinranke hielt den Mann. In der Zwischenzeit begannen zwei Mäuse, die eine weiß, die andere schwarz, die Weinranke durchzunagen. Da sah der Mann neben sich eine leuchtend rote Erdbeere. Sich mit der einen Hand an die Weinranke klammernd, pflückte er mit der anderen die Erdbeere. Wie süß sie schmeckte! Betrachten wir zunächst den Geist eines normalen, weltlich orientierten Menschen. Was wir entdecken, ist ein Grashüpfergeist, ein Schmetterlingsgeist, der seinen Hirngespinsten und Augenblickslaunen hinterherjagt, Beute seiner Sinneseindrücke und seiner eigenen Reaktionen darauf. Reaktionen, die meistens einem reinen Gewohnheitsmuster entspringen und völlig blind erfolgen. Eine Kette von Assoziationen, Hoffnungen, Ängsten, Erinnerungen, Fantasien, Schuldgefühlen fließt ständig durch den Geist, ausgelöst vom momentanen Kontakt der Sinne mit der äußeren Welt. Eine blinde, niemals endende, niemals befriedigende Suche nach Befriedigung, erfüllt von Verwirrung und sinnlosem Leiden. Das ist nicht die Wirklichkeit, sondern ein Wachtraum, eine Abfolge von Konzepten und Fantasien. Der Buddha hat diesen Geisteszustand mit dem Bild eines Affen beschrieben, der sich auf der Suche nach der Frucht, die alle seine Bedürfnisse erfüllt, ruhelos von Ass zu Ass durch den Dschungel bedingter Ereignisse schwingt. Sieht man sich diese Art des Daseins einmal genauer an, werden die Nutzlosigkeit, Wirklichkeitsferne und Enttäuschung, die daraus resultieren, mit erschütternder Klarheit offensichtlich. Ziel des Buddhismus und der Religion allgemein ist es, den Menschen wieder mit der wahren Wirklichkeit zu verbinden, die ihn seine Unwissenheit aus den Augen hat verlieren lassen und dazu verleitet, das Glück, wonach ihn dürstet, dort zu suchen, wo es nicht zu finden ist. In der Dunkelheit und den Verblendungen seines gewöhnlichen Geistes. Das Bewusstsein ist ein wildes Pferd. Der Geist ein ungebärdiger Affe. Ist das Denken überaktiv, wird der Körper krank und stirbt. Der Zehnmeister Riokan lebte höchst einfach in einer kleinen Hütte, die am Fuße eines Berges lag. Eines Abends drang nun ein Dieb in Riokans Hütte, nur um zu entdecken, dass es dort nichts zu holen gab. Da kehrte Riokan zurück und überraschte den Dieb. Du bist vielleicht von weit gekommen, um mir einen Besuch abzustatten, sagte er zu dem Eindringling. Daher sollst du nicht mit leeren Händen von mir gehen. Bitte nimm meine Kleider als Geschenk. Völlig verwirrt nahm der Dieb die Kleider an sich und schlich davon. Riokan saß da, nackt, und betrachtete den Mond. Armer Kerl, sagte er nachdenklich. Ich wünschte, ich könnte ihm diesen wunderbaren Mond schenken. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, nichts Lebendes zu vernichten. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, nichts zu nehmen, das mir nicht gegeben wurde. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, rechten Gebrauch von meiner Sinnlichkeit zu machen. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, nichts Unwahres zu sprechen. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, keine Substanzen zu mir zu nehmen, die das Bewusstsein trüben. Kümmere dich nicht um die Fehler anderer Menschen. Schau nicht voll Hass auf ihre Schwächen. Ein altes Sprichwort sagt, dass die Alten von selbst geachtet und die Jungen geschätzt werden, wenn man nicht auf den Fehlern der anderen herumreitet. Andererseits sollten wir ihre Fehler nicht nachahmen, sondern unser Augenmerk auf die Entwicklung heilsamer Gewohnheiten richten. Buddha hat uns ermahnt, von unheilsamen Handlungen abzulassen. Er hat uns aber nicht gelehrt, diejenigen zu hassen, die solche Handlungen begehen. Gesundheit ist der größte Besitz. Zufriedenheit ist der größte Schatz. Zuversicht ist der beste Freund. Nirwana ist die höchste Freude. Einst fragte der Buddha einen jungen Mönch, auf wie viel bemisst sich eigentlich die Lebensspanne eines Menschen? Nur einige wenige Tage, lautete die Antwort. Darauf erwiderte der Buddha, du hast nichts verstanden, und fragte einen weiteren Novizen. Dieser antwortete, auf die Zeit, die es braucht, eine Mahlzeit einzunehmen. Der Buddha antwortete ihm in derselben Weise und wandte sich an einen dritten. Auf wie viel bemisst sich die Lebensspanne eines Menschen? Auf die Dauer eines Atemzuges, gab dieser schließlich zur Antwort. Vortrefflich, sprach der Buddha, du hast den Weg verstanden. Wird die Achtsamkeit des Atems entwickelt und gepflegt, so ist sie von großem Gewinn und Nutzen. Wird die Achtsamkeit des Atems entwickelt und gepflegt, bringt sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit hervor. Werden die vier Grundlagen entwickelt und gepflegt, bringen sie die sieben Erleuchtungsglieder hervor. Werden die sieben Erleuchtungsglieder entwickelt und gepflegt, führen sie zu wahrer Erkenntnis und Befreiung. Unser Bewusstsein eines Selbst bildet das Fundament, auf das wir unsere Weltsicht stützen. Wir nehmen das Universum als zweigeteilt wahr. Selbstheit und Anderheit, innen und außen. Diese Teilung hat ihre Wurzel darin, dass wir von der Existenz eines Selbst ausgehen. Dieses Bewusstsein wird zur Ursache weiterer Dualismen, der Gegensatz Körper-Geist zum Beispiel, der Gegensatz materiell-spirituell oder der Gegensatz Mensch-Natur. Dieses dualistische Denken war die Grundlage für die Entwicklung unserer modernen Zivilisation. Gleichzeitig ist es aber auch die Wurzel vieler ihrer gegenwärtigen Krisen. Der Buddhismus zeigt Wege zur Lösung dieser Krisen auf, indem er uns darauf hinweist, dass unser Leben nicht auf unser Selbst begrenzt ist, sondern auch unsere Mitmenschen, die Welt und sogar das ganze Universum umfasst. Ehrgeiz und Konkurrenzdenken sind eine verbreitete Ursache für Unzufriedenheit. Vom Ehrgeiz getrieben wird ein Schulkind nicht eher zufrieden sein, bis es Klassenbester ist und ein Geschäftsmann, bis er sein Vermögen gemacht hat. Es leuchtet ein, dass nicht jeder der Erste sein kann. Wenn einer gewinnen soll, müssen die anderen verlieren. Doch selbst der Sieger ist meistens nicht lange zufrieden. Sein Ehrgeiz treibt ihn weiter, bis auch er zum Verlierer wird, ausgebrannt oder tot ist. Ein weiterer Grund dafür, warum es uns oft nicht gelingt, all unsere Wünsche zu befriedigen, liegt darin, dass sie oft widersprüchlich sind. So könnten wir uns zum Beispiel weltlichen Erfolg und ein einfaches Leben wünschen, Ruhm und eine ungestörte Privatsphäre, gutes Essen und einen schlanken Körper, Aufregung und Sicherheit. Wir wollen immer unseren eigenen Kopf durchsetzen und erwarten trotzdem, bei allen beliebt zu sein. Wir möchten spirituelle Verwirklichung erlangen und begehren trotzdem Ruhm und Geld. Oft beziehen wir auch andere Menschen in unsere Wünsche ein, was zur Ursache besonderer Probleme wird. Viele Beziehungen zerbrechen an den unrealistischen Erwartungen und Wünschen der Partner. Wir wünschen uns Vollkommenheit, die perfekte Gesellschaft, das perfekte Heim, den perfekten Partner. Doch Vollkommenheit lässt sich in Samsara, dieser Welt der ständigen Veränderung, in der wir leben, nicht finden. Samsara macht uns große Versprechungen, doch kann es uns niemals die Zufriedenheit geben, die wir uns wünschen. Unreine, vergängliche Objekte können uns nicht diese dauerhafte Freude geben, nach der wir eigentlich suchen. Diese Freude finden wir nur, wenn wir unseren Geist gründlich von allen Verdunkelungen befreien. Zwar ist Unwissenheit die Hauptursache für unser Leiden, doch unser weltliches Verlangen ist der Brennstoff, der die Feuer des Samsara nicht erlöschen lässt. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass wir unsere weltlichen Wünsche verringern, indem wir ihre Schattenseiten erkennen. Um die Gesundheit unseres Körpers zu erhalten, sollten wir uns ausreichend bewegen. Um für die Gesundheit unseres Geistes zu sorgen, sollten wir ihn zur Ruhe bringen. Körperliche Bewegung und innerer Frieden sind die Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Der Vinaya-Meister Yu Yuan fragte einst Cao zu, praktizierst du eigentlich noch Meditation? Ja, das tue ich. Und wie sieht deine Übung aus? Wenn der Reis auf den Tisch kommt, esse ich, wenn ich müde bin, schlafe ich. Aber das tut doch jeder, demnach würden ja alle einem geistigen Weg folgen. Nein, ganz so ist es nicht. Warum? Wenn es Zeit ist zu essen, essen die Menschen nicht. Hunderte von Gedanken halten sie gefangen. Wenn es Zeit ist zu schlafen, schlafen sie nicht. Tausende von berechnenden Gedanken stören ihre Ruhe. Wenn wir beginnen, den Weg des Buddha zu gehen, fangen wir an, unsere zahllosen Fehler und Schwächen zu sehen. Und zwar nicht nur die groben, sondern auch die feineren, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Bevor wir uns mit der Lehre des Buddha befasst haben, sind uns unsere selbstsüchtigen Motive entgangen, die sich hinter unserer Großzügigkeit verborgen haben. Ist es nicht ein Gewinn, wenn wir die tief verwurzelten, unlauteren Motive aufdecken, die hinter unseren Handlungen stehen? Wir dürfen uns keinen sofortigen, mühelosen Wandel unserer Persönlichkeitsstruktur erwarten, wenn wir dem Weg des Buddha folgen. Doch erkennen wir Unheilsames als Unheilsam und Heilsames als Heilsam. So wird das, was wir tun, sagen oder denken, aufrichtiger und ehrlicher. Und wir erkennen mit zunehmender Klarheit das Gefährliche und Schädliche in unheilsamen Handlungen sowie den Nutzen des Heilsamen. Denke nicht über die Unzulänglichkeiten anderer nach, sondern untersuche deine eigenen Fehler und bekämpfe sie wie ein Gift. Denke nicht über deine eigenen Qualitäten nach, sondern verweile bei den tugendhaften Eigenschaften anderer und verehre sie, als wärest du ihr Diener. Alle Sorgen haben ihren Ursprung im Geist. Es ist weise, wenn wir uns von den Dingen nicht beunruhigen lassen. Wenn wir es nicht zulassen, kann uns nichts und niemand in Sorge versetzen. Wenn wir Frieden in die Welt bringen möchten, müssen wir damit anfangen, unsere unheilsamen Verhaltensweisen abzulegen. Der Weltfrieden hat seine Wurzeln im inneren Frieden. Wir müssen uns selbst vor Gier, Hass und Unwissenheit reinigen. Diese drei Geistesgifte sind die Ursache allen Leidens. Weil wir geboren worden sind, werden wir alt, krank und sterben schließlich. Das ist der Lauf der Natur und völlig normal. Sobald wir geboren werden, sind wir schon tot. Geburt und Tod sind eins. Es ist wie bei einem Baum. Wenn es Wurzeln gibt, muss es auch Zweige geben. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. Manchmal wirkt es fast ein bisschen komisch, wenn man sieht, wie bei einem Todesfall die Menschen so ganz betrübt und außer sich, so voller Angst und Trauer sind, bei einer Geburt hingegen voller Glück und Freude. Doch das sind Täuschungen. Niemand hat sich je die Mühe gemacht, diesen Sachverhalt klar zu betrachten. Wenn wir wirklich weinen möchten, dann sollten wir das meiner Meinung nach tun, wenn ein Mensch geboren wird. Denn tatsächlich heißt Geburt Tod und Tod Geburt. Die Wurzel ist der Ast. Der Ast die Wurzel. Wenn wir wirklich weinen wollen, dann sollten wir über die Wurzel weinen. Über die Geburt. Wenn wir unser Leben einmal näher untersuchen, so werden wir wahrscheinlich entdecken, dass wir den Großteil unserer Energie und Zeit auf äußerliche Ziele, wie das Suchen nach materieller und gefühlsmäßiger Sicherheit richten, auf den Genuss sinnlicher Freuden oder das Erwerben eines guten Rufes. Diese Dinge können uns zwar für eine kurze Zeit glücklich machen, sind aber nicht imstande, uns die tiefe beständige Zufriedenheit zu verschaffen, nach der wir uns sehnen. Über kurz oder lang verwandelt sich unser Glück in Unzufriedenheit und wir finden uns wieder einmal in die Suche nach neuen weltlichen Genüssen verwickelt. Direkt oder indirekt sind diese weltlichen Freuden Auslöser von geistigem bzw. körperlichem Leid, da sie in uns Gefühle von Anhaftung, Eifersucht und Enttäuschung hervorrufen. Darüber hinaus geraten wir bei dem Versuch, unsere Wünsche und Begierden zu befriedigen, häufig in Konflikt mit unseren Mitmenschen. Wenn wir wirkliche Zufriedenheit und Erfüllung nicht in weltlichen Freuden finden können, wo also dann? Glücklich sein ist ein Geisteszustand. Daher liegt die Ursache für wahres Glück im Geist und nicht in äußeren Bedingungen. Ist unser Geist rein und friedvoll, werden wir glücklich sein, unabhängig davon, wie unsere äußere Situation beschaffen ist. Ist unser Geist jedoch getrübt und rastlos, werden wir nie unser Glück finden, gleichgültig, wie sehr wir versuchen, unsere äußeren Bedingungen zu verändern. Ziel des Dharma ist es, solche Geisteszustände zu kultivieren, die der Entwicklung von Glück und Wohlergehen förderlich sind und diejenigen zu beseitigen, die diesem Ziel entgegenstehen. Dazu sind nur wir Menschen in der Lage. Es wäre wirklich wenig schmeichelhaft für uns, würden wir unsere kostbare Existenz als Menschen allein dazu benutzen, nur solche Ziele anzustreben, für die bereits die Fähigkeiten eines Tieres völlig ausreichen. Wenn wir unser Leben nicht verschwenden und den wahren Sinn und Zweck eines Daseins als Mensch erfüllen möchten, sollten wir die verschiedenen Stufen des Pfades praktizieren. Ob du gehst oder stehst, ob du sitzt oder liegst, richte deine Aufmerksamkeit nur auf liebende Güte. Das wird als göttliches Verweilen bezeichnet. Im Buddhismus ist das wichtigste Entscheidungsprinzip, dass man abschätzt, welche Wirkungen eine Handlung haben wird. Von dem Gesichtspunkt her, was wir mit einer Handlung erreichen können, müssen wir urteilen, was wir tun sollten und was nicht. Vor diesem Hintergrund können Handlungen, die in den Schriften über die Disziplin völlig untersagt sind, unter bestimmten Bedingungen nicht nur erlaubt, sondern sogar erforderlich sein, um Nutzen zu bewirken. Es ist wie in der Medizin, wenn unter veränderten Bedingungen sogar demselben Patienten eine andere Medizin verabreicht werden muss. Wenn man den Prozess der Reinigung des Geistes weiter vollzieht, muss man unter den verschiedenen Bedingungen oder auf den verschiedenen Stufen unterschiedliche Techniken anwenden. Jede Handlung, die wir ausführen, hinterlässt in unserem Geist einen Eindruck und jeder dieser Eindrücke wird, sobald die geeigneten Umstände gegeben sind, seine entsprechenden Auswirkungen zeigen. Unser Geist lässt sich sehr gut mit einem Acker vergleichen und unsere Handlungen mit dem Aussäen von Samen. Heilsame Handlungen bereiten die Wurzeln für künftiges Glück. Unheilsame Handlungen säen den Samen für künftiges Leid. Der hat mich beschimpft, der beleidigt, der mich besiegt, der bestohlen. Wer solche Gedanken hegt, wird nie frei sein von Hass. Der hat mich beschimpft, der beleidigt, der mich besiegt, der bestohlen. Wer frei ist von solchen Gedanken, wird auch frei sein von Hass. Hass lässt sich nicht durch Hass beenden, Hass wird nur durch Liebe überwunden. Das ist ein ewiges Gesetz. Weltlich gesonnene Menschen suchen Vergnügen und mästen sich wie Käfighühner. Der Weise, der dem Buddha folgt, fliegt zur Sonne hinauf wie der Wilde Kranich. Das Huhn im Käfig wird gefüttert, doch bald wird es im Topf gekocht. Niemand füttert den Wilden Kranich, doch er besitzt Himmel und Erde. Wir können auf eine Weise lächeln, atmen, gehen und unser Essen zu uns nehmen, die uns mit der Fülle des verfügbaren Glücks in Berührung bringt. Wir sind Meister im Vorbereiten auf das Leben, doch das eigentliche Leben gelingt uns nicht so gut. Wir können zehn Jahre für ein Diplom opfern und sind bereit für einen Job, ein Auto, ein Haus oder etwas anderes sehr hart zu arbeiten. Es fällt uns aber schwer daran zu denken, dass wir in diesem Moment lebendig sind, dem einzigen, in dem wir überhaupt lebendig sein können. Jeder Atemzug, jeder Schritt, den wir tun, kann mit Frieden, Freude und Gelassenheit erfüllt sein. Wir müssen nur wach sein und im Augenblick leben. Vielen ist nicht bekannt, dass wir hier auf dieser Welt sind, um miteinander in Harmonie zu leben. Die, die dieses wissen, bekämpfen einander nicht. Erleuchtung, Frieden und Freude werden nicht von jemand verliehen. Der Quell ist in unserem Inneren und und wenn wir tief genug im gegenwärtigen Moment nachgraben, wird das Wasser hervorsprudeln. Wenn wir wirklich lebendig sein wollen, müssen wir zurück zum gegenwärtigen Augenblick. Üben wir bewusstes Atmen, so üben wir die Rückkehr in den gegenwärtigen Moment, in dem alles geschieht. So wie der Regen nicht ins Haus dringen kann, wenn das Dach dicht ist, ebenso können die Leidenschaften einen geschulten Geist nicht überwältigen. Wenn wir an einen Menschen denken oder mit anderen zusammentreffen, sollten wir uns an unseren Vorsatz erinnern, den wir während unserer Meditationssitzung gefasst haben und diesen Menschen mit echter Freundlichkeit begegnen. Wir sollten für alle fühlenden Wesen liebende Güte empfinden. Ihre Freiheit und ihr Glück sollten uns ein wirkliches Anliegen sein. Wenn wir uns auf diese Weise üben, werden viele Probleme, denen wir im Alltagsleben begegnen, einfach verschwinden. Denn die meisten unserer Probleme haben ihren Ursprung darin, dass wir uns selbst für wichtiger als unsere Mitmenschen halten. Wenn man anfängt zu meditieren oder sich mit einer bestimmten spirituellen Disziplin zu befassen, glaubt man oft, irgendwie besser zu werden, was im Grunde eine feine Art der Aggression gegen das darstellt, was man in Wirklichkeit ist. Es ist fast so, als würde man sagen, wenn ich jogge, dann bin ich ein viel besserer Mensch. Wenn ich nur eine schönere Wohnung hätte, wäre ich ein besserer Mensch. Wenn es mir gelänge, zu meditieren und ruhiger zu werden, wäre ich ein besserer Mensch. Oder wir wechseln die Perspektive und entdecken Fehler an den anderen und sagen, wenn sich mein Partner anders verhalten würde, hätten wir die perfekte Beziehung. Wenn mein Chef und ich besser miteinander auskommen würden, hätte ich einen tollen Job. Wenn mein Geist nicht dauernd Probleme machen würde, wäre meine Meditation wirklich wunderbar. Aber Maitri, liebende Güte uns selbst gegenüber, bedeutet nicht, dass wir irgendetwas loswerden müssen. Maitri bedeutet, dass wir nach all den langen Jahren der Übung immer noch verrückt sein dürfen. Dass wir nach all den Jahren immer noch zornig sein dürfen. Wir können immer noch ängstlich sein und eifersüchtig und voller Minderwertigkeitsgefühle stecken. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, etwas anderes aus uns zu machen. Die Praxis der Meditation beinhaltet nicht, dass wir versuchen, uns selbst wegzuwerfen und etwas Besseres zu werden. Sie hat zum Ziel, dass wir uns mit dem anfreunden, was wir bereit sind. Grundlage der Praxis sind ich bzw. du, der Mensch, der wir gerade sind, so wie wir gerade sind. Das ist die Grundlage. Das ist der Gegenstand unserer Untersuchung. Das ist es, was wir mit großer Neugierde und Interesse kennenlernen. Meditiere bei Tag und Nacht über Freude. Betrachte deinen Körper, wenn du deine früheren Existenzen kennen willst. Deine künftigen Existenzen hängen von deinem jetzigen Denken ab. Wenn du dich auf diese Weise lange genug in Meditation geübt hast, werden die Zeichen der Verwirklichung der Reihe nach erscheinen und du wirst noch in diesem Leben Buddhaschaft erlangen. Mitgefühl entsteht aus einem klaren Verständnis von Karma. Das Prinzip des Karma geht von einer tiefgreifenden wechselseitigen Beziehung zwischen allen Wesen und allen Dingen aus. Wechselseitige Abhängigkeit bedeutet, dass das, was einen betrifft, alle betrifft. Das ist die Wahrheit, zu der alle Buddhas und Bodhisattvas erwacht sind. Die Unterscheidung, die wir zwischen uns und anderen treffen, zwischen Körper und Geist, zwischen Mensch und Natur, ist künstlich und nicht im Einklang mit der Wirklichkeit. In der Konsequenz bedeutet das, und zwar auf eine sehr konkrete Art und Weise, dass wir alles, was wir einem anderen zufügen, letztendlich uns selbst zufügen. Mögen alle Wesen grenzenloses Wohlergehen und Frieden erfahren. Mögen alle Wesen stets mit Frieden gesegnet sein. All die Wesen, ob schwach oder stark, ob groß oder klein. All die Wesen, ob sichtbar oder unsichtbar, ob nah oder fern, ob schon geboren oder erst geburt erlangend, sie mögen mit Frieden gesegnet sein. Lass nicht zu, dass einer seinesgleichen zum Gespött oder mit Worten sich gefügig macht. Lass nicht zu, dass einer seinesgleichen Böses wünscht, aus Zorn und Wut. Ein törichter Mensch, der seine Dummheit erkennt, ist insofern schon weise. Doch ein Dummkopf, der sich für weise hält, ist wahrlich ein Narr. Ein dummer Mensch kann sein ganzes Leben lang mit weisen Umgang haben und doch den Pfad zur Weisheit nicht erkennen, so wie der Löffel nicht weiß, wie die Suppe schmeckt. Wenn aber ein Mensch Augen hat und sieht und nur einen kurzen Augenblick mit einem Weisen zusammen ist, so erkennt er alsbald den Pfad zur Weisheit, so wie die Zunge den Geschmack der Suppe erfährt. Lerne und übe das Nicht-Anhaften an Anschauungen, damit du offen bist, die Ansichten anderer Menschen zuzulassen. Wahrheit findet sich im Leben und nicht bloß in begrifflichem Wissen. Sei bereit, dein ganzes Leben lang zu lernen und die Wirklichkeit in dir und der Welt immerzu wahrzunehmen. Der große Weg ist leicht für den, der keine Vorlieben hegt. Jenseits von Liebe und Hass ist alles klar und ungetrennt. Fälle ein noch so kleines Urteil und Himmel und Erde klaffen auseinander. Willst du die Wahrheit erkennen, dann beende alles für und wieder. Das mag ich, das mag ich nicht. Wenn wir so denken, hat Krankheit von unserem Geist Besitz ergriffen. Wie ehrwürdiger ist das Nirwana beschaffen? Mit welchen Gleichnissen lässt es sich beschreiben? Gebt mir verlässliche Gründe, wie das, was ist, sich in Gleichnissen beschreiben lässt. Sagt mir, gibt es etwas, das als Wind bezeichnet wird? Ja, ehrwürdiger. So bitte ich euch, beschreibt mir den Wind anhand seiner Farbe oder Gestalt. Ist er dünn oder dick, lang oder kurz? Ehrwürdiger, unmöglich ist es, den Wind zu zeigen. Denn der Wind lässt sich nicht mit der Hand greifen oder berühren. Doch gibt es den Wind. Wenn man also den Wind nicht zeigen kann, dann gibt es also keinen Wind. Ehrwürdiger, ich weiß, dass es so etwas wie Wind gibt. Ich bin dessen gewiss, doch kann ich den Wind nicht zeigen. Genau so verhält es sich mit dem Nirwana. Es gibt das Nirwana. Doch man kann es nicht anhand von Farbe oder Form zeigen. Wenn wir Reinheit und Frieden unseres Geistes waren, ist das so, als würden wir das Wasser eines Teichs sauber und frei von Störungen halten. Ist das Wasser klar und unbewegt, wird es alles widerspiegeln. Den Himmel, die Sonne und die Bäume. So wie sie sind, ganz unverzerrt. Ist unser Geist durch Gier, Hass und Unwissenheit verschmutzt und durch Anhaftung und unterscheidendes Denken aufgewühlt, verzerrt sich unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und wir sehen die Dinge nicht so, wie sie tatsächlich sind. Diese verkehrte Sicht der Wirklichkeit hindert uns daran, in Klarheit und Freude unser Leben zu genießen. Wir müssen lernen, den Strahl der Lampe umzudrehen und in uns selbst hineinzuleuchten, die Wogen unseres Geistes zu glätten. Alles, was außerhalb von uns selbst liegt, ist von gleicher Natur. Der Abfall fühlt sich nicht unrein. Die Blume weiß nicht, dass sie duftet. Nirgendwo gibt es so etwas wie Unterscheidung. Lassen wir unseren Geist in seinem natürlichen Zustand, frei von Anhaftung. Dann erfahren wir wahres Glück. Wir richten unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich auf den Atem und lassen nicht zu, dass irgendwelche Ablenkungen den Strom unseres Gewahrseins unterbrechen. In der täglichen Meditationspraxis werden wir schnell feststellen, wie schwer das ist. Sobald wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf unserer Atmung ruhen zu lassen, fangen wir an, uns wegen der Schmerzen in den Beinen Gedanken zu machen. Sobald wir versuchen, alle ablenkenden Gedanken abzustellen, kommen uns anfallsartig tausende Dinge in den Sinn. Erinnerungen, Pläne, Hoffnungen, Ängste. Und eins davon fesselt unsere Aufmerksamkeit, so dass wir nach einiger Zeit bemerken müssen, dass wir unsere Atmung völlig aus den Augen verloren haben. Mit frischer Entschlossenheit beginnen wir wieder von vorn, nur um wenig später zu erkennen, dass unser Geist wieder einmal abgedriftet ist, ohne dass wir es bemerkt haben. Wer kontrolliert hier wen? Sobald wir anfangen, uns in Achtsamkeit zu üben, wird sehr schnell sehr klar, dass unser Geist tatsächlich völlig außer Kontrolle ist. Wie ein verzogenes Kind, das nach dem einen Spielzeug verlangt, dessen überdrüssig wird und dann noch eins und noch eins will, springt unser Geist von einem Gedanken, von einem Objekt der Aufmerksamkeit zum nächsten, stets auf der Flucht vor der Wirklichkeit. Dieses Verhalten ist eine tief eingewurzelte Gewohnheit des Geistes, die er seit unzähligen Lebenszeiten praktiziert. Doch sobald wir uns an die Erforschung unserer wahren Natur machen, müssen wir mit diesem Weglaufen aufhören. Wenn wir unsere Angst vor dem Sterben loslassen, verlieren wir auch die Angst vor dem Leben und können endlich ein ganzheitliches Leben führen. Und wenn dann der Zeitpunkt unseres Todes kommt, so ist das Sterben einfach nur ein weiterer Teil unseres Lebens. Wir können alles loslassen und mit ganzem Herzen sterben. Wahres Leben heißt, dass wir Körper und Geist in jedem Moment loslassen. Wir erlauben den Dingen so zu sein, wie sie sind. Wir entlassen die Welt aus unserem Griff, haften nicht länger an bestimmten Vorlieben. Edle und gute Menschen zu sehen ist stets eine Freude und Umgang mit ihnen zu pflegen eine Quelle des Glücks. Müsste man nie mit törichten Menschen zusammentreffen, so könnte man immer glücklich sein. Wer mit törichten Menschen umgehen muss, wandert lange auf Wegen des Kummers, denn der Umgang mit dummen Menschen ist so leidvoll wie das Zusammensein mit einem Feind. Die Freude jedoch, mit einem weisen Menschen zusammen sein zu können, ist so groß, als würde man seinen liebsten Verwandten treffen. Wenn du einem Menschen begegnest, der standhaft ist, zum inneren Licht erwacht, wissend von edler Gesinnung, diesem guten Menschen folge wie der Mond, der Bahn der Sterne. Halte eine unheilsame Handlung nicht für unbedeutend, in der Meinung, was kann mir das schon schaden? Auch wenn das Wasser nur tröpfelt, so füllt es zuletzt doch den ganzen Krug. Ein Mensch sollte die Gefahren schlechten Handelns meiden, wie ein Kaufmann, der mit großen Reichtümern, aber kleiner Eskorte reist, gefährliche Wege meidet, oder wie ein Mensch, der sein Leben liebt, das Trinken von Gift vermeidet. Einer, dessen Hand keine offene Wunde hat, wird auch keinen Schaden erleiden, wenn er Gift in der Hand hält, denn wo keine Wunde ist, kann kein Gift eindringen. Ebenso kann ein Mensch, in dem keine Bosheit ist, nicht von Bosheit verletzt werden. Lebe nicht in der Vergangenheit, baue deine Hoffnungen nicht auf die Zukunft. Die Vergangenheit liegt hinter dir, die Zukunft ist noch fern. Schaue stattdessen mit wissendem Auge auf die Phänomene, die entstehen und vergehen. Erkenne mit Gewissheit, fest und unerschütterlich, dass jetzt der Augenblick zum Handeln ist. Morgen kann der Tod schon kommen, wer weiß. Kein Betteln und kein Feilschen wird ihn und seine Horden fernhalten. Doch wer mit Eifer sich bemüht, unermüdlich bei Tag und Nacht, der haftet nur an dem, was heilsam ist. So hat es der friedvolle Weise gelehrt. Viele Worte, viele Sorgen und immer geringer unsere Fähigkeit, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Lass das reden, lass das Sorgen und du kannst durch jede Erfahrung gehen. Warum unglücklich sein über etwas, das man ändern kann? Und was hilft es, unglücklich zu sein, wenn es sich nicht ändern lässt? Was es in dieser Welt an Glück gibt, kommt davon, dass man das Glück der anderen wünscht. Was es in dieser Welt an Leid gibt, kommt davon, dass ich nur an mein eigenes Glück denke. Was gäbe es darüber hinaus noch zu sagen? Die Unverständigen denken nur an ihr eigenes Wohl. Die Buddhas widmen ihre Kraft dem Glück der anderen. Betrachte einmal den Unterschied zwischen beiden. Pracht und Herrlichkeit dieser Welt sind wie eine Blume. Am Morgen noch in voller Blüte verwelkt sie unter der sengenden Hitze der Mittagssonne. Wo man auch hinsieht, herrschen Hetze und Kampf, ein verbissenes Ringen um Glück. In panischer Angst flüchten wir vor Leid und Tod, leiden im Feuerofen unserer brennenden Begierden. Die Welt ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, ständig dem Wandel und der Veränderung unterworfen. Alles ist Samsara. Gibt es nichts Beständiges in dieser Welt? Gibt es in diesem wirbelnden Durcheinander keinen Ruheplatz, an dem das besorgte Herz Frieden finden kann? Gibt es nichts, was von Dauer ist? Oh, könnten wir doch das Ende unserer Angst erreichen, das Erlöschen unserer brennenden Begierden. Wann wird unser Geist still und gefasst sein? Der Buddha, der Erhabene, war betrübt von den Leiden dieses Daseins. Er erkannte die Nichtigkeit gewöhnlichen Glücks und suchte Erlösung in etwas, was nicht verlöscht und vergeht, sondern wahrhaft beständig ist. Wer nach dem Leben sucht, muss wissen, dass Unsterblichkeit im Herzen der Vergänglichkeit verborgen ist. Wer nach Glück sucht, das nicht von der Bitterkeit der Enttäuschung getrübt wird, sollte ein Leben in Rechtschaffenheit führen. Wer nach Reichtum strebt, sollte unvergängliche Schätze sammeln. Die Wahrheit ist ein Schatz und ein Leben in Wahrheit ist Glück. Alles, was zusammengesetzt ist, zerfällt auch wieder. Doch die Wahrheit, die Verbindung und Zerfall als Naturgesetz beschreibt, ist unvergänglich. Unser Körper zerfällt zu Staub, aber die geistigen Wahrheiten sind unzerstörbar. Solange wir die Dinge nicht untersuchen, hegen wir ganz natürlich die Ansicht, dass wir einen Körper haben, der seine eigene, unabhängige Existenz besitzt. Wir haben das Gefühl, dass wir diesen von sich aus existierenden Körper sehen oder darauf deuten können. Nun ist es aber so, dass wir immer, wenn wir diesen Körper betrachten oder auf ihn deuten, lediglich auf bestimmte Teile dieses Körpers zeigen. Diesen Punkt sollen wir sorgfältig untersuchen. Wenn wir sagen, ich sehe meinen Körper, was sehen wir dann tatsächlich? Wir sehen nur bestimmte Teile unseres Körpers, Arme, Beine und so weiter. Wenn wir also unseren Körper betrachten, dann ist alles, was wir sehen, ein Teil unseres Körpers. Was aber Teil unseres Körpers ist, kann nun notwendigerweise nicht der Körper selbst sein. Unser Körper erscheint unserem Geist ganz deutlich und scheint aus sich selbst heraus zu bestehen. Untersuchen wir die Dinge jedoch genauer, werden wir so etwas wie unseren Körper nicht finden und feststellen, dass der Körper keine eigene Existenz besitzt, sondern nur ein Konstrukt unseres Geistes ist. Solange wir glauben, dass unser Körper seine eigene, inhärente Existenz besitzt, wird er eine Quelle von Angst und Schmerz sein. Erkennen wir jedoch, dass der Körper lediglich ein geistiges Konstrukt ist, werden alle Ängste und der gleichen Empfindungen nachlassen und mit der Zeit sogar ganz verschwinden. Wasser, das ständig tropft, füllt schließlich die vier Meere. Staub, der nicht weggekehrt wird, türmt sich zu den fünf Bergen. Wie eine Biene, die Nektar einer Blume aufnimmt, ohne deren Schönheit und Wohlgeruch zu zerstören, genau so sollte der Weise durch dieses Leben gehen. Es gibt einen einfachen Weg, ein Buddha zu werden. Gib alle unheilsamen Handlungen auf, hafte nicht an Geburt und Tod, sei allen Wesen gegenüber mitfühlend, ehre die Alten, sei freundlich zu den Jungen, begehre nichts, weise nichts zurück, lass alles planen und sorgen, dann wird man dich einen Buddha heißen. Strebe nach nichts anderem. Worte Der Weg ist jenseits aller Sprache. In ihm ist kein Gestern, kein Heute, kein Morgen. Kannst du einen würdigen Freund finden, einen verlässlichen Gefährten, innerlich geläutert? So musst du keine Gefahr fürchten. An seiner Seite folge achtsam und zufrieden deinem Weg. Kannst du keinen würdigen Freund finden, keinen verlässlichen Gefährten, innerlich geläutert? Dann sei wie ein König, der sein Reich verloren hat und wandere einsam wie der wilde Elefant. Es gibt zwei Arten von Helden auf dieser Welt. Diejenigen, die keine Übertretungen begehen und diejenigen, die zur Umkehr fähig sind, wenn sie falsch gehandelt haben. muss ich gucken,